Das M graduates Weiß doch eigentlich, wie das stinker, Mann. Ich finde das überhaupt nicht cool, das ist Körperverletzung. Ich zeig dich an! Das M Ich finde das überhaupt nicht witzig, erst dann come hier rein, jetzt ihn mir vem. Was soll das, Mann? Nehmt die Pissen vor meinem Gesicht runter! Ey, Bruder, ich glaub, ich war das, Mann. Was ist das denn? Alter, sind das Riesen-Toiletten? Wer hat mir was ins Klo eingesteckt? Ich bin richtig sauer! Irgendjemand hat hier reingekackt und mich voll geschissen und er hat mich gespielt! Z***! Wer war das? Wer war das von euch? Irgendeiner? Habt ihr gerade so einen reingesammelt und jetzt essen alle scheiße euch? Ich bin euch fertig, ich bin euch fertig! Da war kein Klobappier mehr und der Klobapp einfach voll abgedrückt! Aufgewertetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Wenn du das machst, zeig ich dich an und... Halt mal die Schnauze! Digga, ich wollte doch nur ein Up sein. Jo, Mann, hast du da mein Bruder runtergespült, oder was? Jens, das ist richtig! Was ist das denn zu spüren? Wir haben hier nicht aus, wir sind nicht wirklich sauer. Ich bin auf einem Body, wir sind los. Du, mein Mann, war stinkt. Ich muss dringend auf Klo, Mann. Wo ist die nächste Toilette? Ey, Mann, willst du den Faktor oder was? Ich wollte es vermuten. Das hast du nicht, mein Mann. Oh, mein Mann, was machst du da mal? Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Ja, Mann, erst mal Reviermarkieren. Ja, das ist er! Er hat so eine Anzeige kriegen! Abonnieren, oder du bist verhaftet! Ich muss endlich kacken! Ist das hier eine Kirche? Junge, hier sind ja richtig viele... Da ist der Sünder, der unsere Kooletten vollgekackt hat und immer noch kacken muss. Er greift ihn! Zugriff, Zugriff, Zugriff! Was war denn? Üh! Auf dah, auf dah, auf dah, alle diese Kirche, und ein bisschen schnell springt. Ich bin schon dran, mein kleiner T-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U! Yo, Bro, ist alles klar bei dir? Musst du kacken? Denkt grad zu abonnieren, ne? Ey, провierd mich, meine Freunde, das wird bisslick! Ach ja auch mal runter, wenn auch ich sa- Was willst du denn mal? A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! SIEM! SIEM! KLANER STIEN AMORIER TEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! ALLE wondered how to catch my singer! Lilga! Was geht hier ab?! SIEM! Okay, dann lass uns doch mal um dich zu rum! SIEMNNNNNNBJ? Geert es nicht zu abonnieren! Wir wollen kacke! Wo sind die kacke? Heute ist ein Schlagot! Habt ihr mich fest! Ihr seid denn gar keine kacke! Ich sag euch das drei! Vanille! Ich wuall grad kacken! Schnapp ihn uns! Mach ihn weg! Auusein.. Und sind.. Boah, Bruder, der ist ja reingeslippert! Heißt du drauf, meine ganz kurzen.. ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Like und abonnieren, Bruder! Ich muss kacken, geh da rein! Mh, was haben wir hier? 1, 2, 6!!! Mein Spiel gleich! Professor, wer ist das denn? Was ist denn das, was da? Folge neu! ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ich kann halt den um mir sonst kack ich euch ins Klo Was geht los? Ich hab heute noch mal vernehmt Die Stinkielklos haben sich verstanden Ach, wo ist Eik Eri wurde heute Nacht ins Klo gekackt und wir wissen nicht wo der ist Hätt mal den Laser hier Oh, Digga Der hat bei GERI ins Klo gekackt Der war auch, der hat bei der ins Klo gekackt Was ist der überdicht das? Oh, Digga Oh, Digga Oh, Digga Abonnier den Kanal und ich fulze nur deine Dicke Du bist nicht das erste Teil, was ich zerstört hab Hör, komm her, Mann, komm Ja, was geht mir ab? Ich bin jetzt da, Alter Und du kriegst richtig auf die Fresse, mein Biss Jogi Jogi da Ja, bist du doch, vermisst du doch Komm zu mir ab Ey, lass mich runter Hast du schon das Video geliebt? Na, Klammer Was ist du so, Bissklo? Und du denkst auch, du kannst nicht Erklär mich ja einen Kommentar Weißt du, was ich ja nicht zuhört? Die gute Tollete War das schon alles? Hm? Abonniert alle den Kanal Denomi, sonst kök ich euch ins Klo Scherp euch in die Scheißaus, weil ich ihr liebste Ach ja, du hast ja was Egal, du den Scheißaus, was dir ist, Scherp euch nicht zuhörig Skibidie Skibidie fellas Abonniert den Kanal, oder ich leser deine Toilette weg Wo ist dieses Klo dreckstuerl Ich verrate dir gar nicht, du Kamerahaufen scheiße Hast du mich verstanden? Trigg dich Bilo Nein, nein, ich verlasse, ich verlasse, oh no Hast du nicht, dass du mit uns so scheiße hörst? Yo, Bruder, abonnier den Kanal oder du bist ein Fettsack Sü Schnell euch die Kamera aus den Säcke Aber es wird mir nicht Verdeck wird sie mit dir um, weil du ein Klinikang und sie geht entschuldig Meine Hosenhaut, meine Hosenhaut, ich soll Kölge auf dir Hast du schon den Kanal abonniert? Na klar, Mann, sü Kameras halten hat das Klo so voll gestopft, Alter, der Kiefer hat zu einem abge Verwichter, wir müssen die Kameras, wenn ich nur Oh, no Sü Sü Für das Video lass uns ein Like da Lass mich alles ab Feuer Feuer Ziel eliminiert, Bereich Abspür, das ist selbstsicher Ooh War ich jetzt buntier Ich hab eine Hose Ich hab eine Hose Ich hab eine Hose Ich hab eine Hose Man aber steht dran, ich hab eine Hose Ich hab eine Hose Ich hab eine Hose Man lebt Oh, piece Hose Ich hab jemand Stierbario Was hast du ihn lassen? Erodoi, pass auf, links auf es sich Was ist die Hose Taps-Jerkes hier! Macht euch' Da guck's bitte! adder-Hähnchen, Sisser! Kann ich dir hochhelfen? Dair lionsifuute J kitejer Häh, ich hab das nicht gesehen! Kau aus meiner Bühne! Du dreckige Toilette! Weg mit dir! Draugsgir! Kammit! Sausalavista! Bro, musste das sein? Da kann ich doch nix für, Mann. Auf, wenn das nicht gefällt, lauft, Leute. Oh, Gott, hilf mir. Was zum... Was ist das denn? Wer hat die Toilette darin geworfen? Und hier alles vollgeschissen, was soll das? Oh, nein, nein, ich kann nicht mehr. Wow, was läuft denn hier für... Die Schildtoilette ist hier schön. Oh, oh, was mache ich? Leute, äh, oh, Gott, nein, nein. Oh, Papa. Was ist das echt? Willst du ne kleine spezielle Behandlung?